ist kunst mehr wert als unser planet ist es schlimmer ein kunstwerk kaputt zu machen als den planeten zu zerstören wir sind die letzte generation stoppt den klimawandel jetzt scheiße du tina da ist gar keine scheibe was normalerweise ist doch immer eine glasscheibe vor dem bild um es zu schützen da ist keine das bild ist über 100 millionen wert das hat uns keine haftpflicht vielleicht merken die ja gar nicht dass wir das waren wir kleben neben dem bild an der wand fest das muss man doch irgendwie hinkriegen das bild ist übrigens nachgemalt das original hängt bei irgendeinem milliardär das da ist vollkommen wertlos aber der rahmen ist echt zwei millionen und der sieht leider gar nicht gut aus stoppt die klimakatastrophe